Ich sag, Mitte hätte gefittet. Ja, ja, also bei mir, also am Anfang war es auch so. Aber die haben mich manipuliert. Aber es war so 51% Mitte, 59% rechts. Aber dann wurde nochmal gesagt, sie ist 25 und 25 20 ist ein bisschen geht schon, aber ich stehe auf die Jünger, also nicht auf, also fängt ihr, Digger, ich, also 23, ja, aber die, er meinte 25, Rewi meinte 25. Rewi meinte 25. Und dann, da habe ich das in meinem Kopf abgeschweichert. Auf zwölfjähriger Annibe-Charakter wissen wir noch, Digger, zumal. Macht's euch bequem, ja? Hau mal hier den Arm um, wo sie vielleicht. Ey, toll. Ja, war richtig cool. Bis wieder.